Willkommen meine Freunde hier bei Assassin's Creed Brotherhood mit Euren Trima mit mir und Ezio Auditore. Ja, wir waren hier im Spiel, im Assassin's Creed und bestechen wir mal, nicht erstechen, bestechen wir mal den Herold hier. Pass auf euch auf! Auf die Art schaufelt ihr euer eigenes Grab! Ich weiß, ist es wie geil! Der Burschef will kein Bezahl an einem eigentlichen Schaufzug, äh, Schaufzugrabeln, ja genau, ist klar. Der Heilige Vater hat das Vorhaben abgesegnet, die Liefen der Kinder nicht an den Kümmern im Bezirk zu erhöhen. In solch unsicheren... Kein Kunde von mir wird jemals schlecht angezogen sein! Du, 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 du. So, gehen wir aus der nächsten Bank. Ich hab heute gesehen, dass ich Geld auf der... What the fuck? ...bekommen hab. Äh, auf der Bank bekommen hab. Ne, what the fuck? So, geh mal hier, dann haben wir einen kleinen Nixenturm, den wir einnehmen können. Die Pilger werden gebeten, alle Menschen! So, ich hab mal vielleicht jetzt mal diese... ...Split-Funktion wieder ausgemacht, weil es irgendwie automatisch angemacht hat. Ich hatte da mindestens so 20... ...und vielleicht mehrere Teile... ...fünfminütigen Teile, die ich da zusammenfliegen musste. Aber ein bisschen... Ah, sieht so hart... ...ziemlich gut aus. Aua! Alter, ich lauf hier übers Oben rum. Bist du bedeppert oder so? Siehst du, wie das weh tut? Siehst du das? Siehst du? Was hast du davon? Der hat Gummiknochen, ich hab das gesehen. Och, da labert nur Scheiße. Da labert nur Scheiße. Da labert nur Scheiße. Da labert nur Scheiße. So wie ich. Oh, wer darf's nicht? Ich hab'n. Wieso, weil ich's kann? Ah, wirklich. Das muss doch irgendwie... Irgendwie dann mal... ...später wehtun, wenn man sich so an die Maut ran springt und ran... ...hangelt. Weil man knallert automatisch... ...mit dem Gesicht gegen die Wand. Etzos Gesicht müsste eigentlich schon längst eingedrückt sein. So wie... Pfff! Oh! Es ist einfach... Blekommen dran! Bleing dran! Oh! Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ich bin schwer gezeichnet, doch ihr, ihr lehnt euch gegen sie auf. Bitte nehmt mich mit auf die Jagd. Eine Jagd könnte man so nicht sagen, aber du bist rassend dabei. So, da ist die Bi. Sorry für deinen hohen Ton. Ich habe auch selbst gedacht, dass ich so einen hohen Ton hinkriege. Wieso fallen sie alle runter? Wenn ich sie küll. Von seiner Heiligkeit werden alle nicht viel unterstehenden Militzen der Stadt aufgelöst. Ich habe gedacht, ich kann so ein bisschen vorbeigehen und mich zu töten. Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia, Jungs. Zeigt ihm die Gastfreundschaft der Borgia. Alter, jetzt ist er aber mal gut hier. Ja, Jungs. Forte Borgia. Erledigt den Schleimhäusel. Habe ich doch die Schnauze voll. Jetzt hatte ich die Schnauze voll. Habe klar alle meine Assessin gerufen. Hehehe. Hehehe. Stehen, gib. Da ist er. Laju. Komm her. Trau dich. Er hat sich getraut. Nur, nur 50? Alter, ich bin doch mehr wert. Das ist so eine Beleitung meines eigenes Selbstdaseins. Nur 50, Leute. Alter, das ist... Yeah. Ja. Ja. Nein, du siehst mich nicht. Nein, da gucke ich nicht lang. Oder kann ich nicht lang. So. Ist das meins? Ja. 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 die 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 das müsste Zeit das ist Los! Weg von der Kante, du Vollidiot! Nein, die haben mich noch runtergeworfen! Was hat Assis? Mich wollten rekrutieren! Dafür müsst ihr sterben. Dafür ist die Seite gestorben. Nein, ich wollte das hier machen. Ich wollte die Bank kaufen. Geht nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Aua! Alter, habt ihr es gesehen? Greif den Zivilisten an! So! Da! Enten ist ein Boote. Der will dich killen. Den sollst du nicht tragen. Den sollst du plündern. Okay. Ich dachte nicht, ich habe gedacht, er hätte mehr Geld. Die haben kaum Moneten bei sich. Ich gehe kaputt. Das ist immer eine Ausbeute. Das ist ein Marker. Ja, das ist ein Marker. Der Monat, der Herrolte muss aufgeralten werden. Es ist nicht alle Leute. Man muss aufgeralten werden. Es ist nicht alle Leute! Die bürgerung! Jrah! Und hier, ich meine, den Typen ... Wer kommt der, die, 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 die... Mund stopfen! Der Herold erzählt mir wieder voll die Lügen. Es sind bisher so keine Zivilisten gestorben. Nicht absichtlich. Ja, nix klar, ich habe meine Familien erschlagen. Aufgeklärten Welt, ja nix klar. Und anständig. Häufig. Ich bin so böse. Leute, ich bin so böse. Ich habe schon Angst vor mir selbst. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor mir selbst. So, verkaufen wir schon mal alles hier. Genau. Immer wieder gern. Tja. So. Nein, du sollst nicht Plätze rufen. Hör her! Ich habe auch Überhang aus dem Lager der Schmiede meines Bruders. So, bis wir Rüstungen zu kaufen. Knarren Deutsch von Romulus. So. Du sicherst mich bitte wieder. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nö. So langsam wirst du eine echte Plage. Echt cool. Ich kaufe Läden, dass eure Städten besser wird und ich werde geächtet, ey. Die neuesten Kreationen des besten Schneiders. Nie. So. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich ein paar Überraschungen für euch Kunstkenner oder Sünde, die Vergebung brauchen. Die sind gefallen. Ich weiß nicht. Sie ist gestolpert. Ich wollte mir so einen Kopfgeldauftrag machen zum Attentat. Ich hatte nur untätig zugewehen und ihre Stolzungen dort eine Stunde in der Noten gesucht gelassen. Ich könnte nicht nur ein Schiff machen. Ich möchte jetzt ein Schiff von uns auf dem Kopf und das ist. Ich könnte auch einen Schiff von uns in der Befügel geben. Ich kann nicht nur ein Schiff von uns auf einen Schiff ausgeben. So, kurz gestreckt, tut den Gelenken gut. Ach, junge Knochen müssen gestreckt werden. Sack, Assassinen. Ich gebe dir mal Rüstung am Anfang, ist besser. Um die Bürger einzuschüchen, haben die Bordscher zwei berüchtigte Wachen angeheuert, die wahllos Zivilisten verrühren. Entfernen sie aus dem Straßenbild, um den Menschen Mut zu machen. Die Kolo. Und das ist alles mit versteckten Klingen. Geht klar. Wachen, die, die, die Zivilisten verprügeln. Ich glaube es kaum. Puh, ist nur die Ehre. Bitte achtet auf verraffallendes Mauerwerk in der Nähe von Gebäuden. Unser Beileid zählt allen ältersten Staatsbürgern. Ich bin sehr viel saufen. Ich prüfe die Gesundheit. Was sind denn die eigentlich? Haken wir wieder Meter weit von mir entfernt, ey. Entschuldige. Für den Beiharschen. Ich bin sehr viel saufen. Hinten ist er So der Aß ist immer tot Malaria Trump Innerhalb der Stadtgrenzen rum Die Gouradia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nichts länger dulden Seid gewarnt Bis die Lage sich beruhigt hat Wir erinnern alle Beifahrer daran Desnach die Brücken unterbauen Ja, froh Gott So So Du hast nicht mal einen Sohn, wette ich mit dir Ohne Prozent hast du nicht immer einen einzigen Sohn So 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 Ich bin mir sicher, er sich hinter der Maske eines erfahrenen Arztes verbirgt. Deshalb doch ein bestehender Giftmörder der Templer. Tötet ihn. Bitte heißt das und nicht einfach. Mach's. Oh ne ne. So. Hier noch. Zack. Wien. Warte mal. Köln. So. Was gibt's denn Köln zu tun? Da ihr Kölner, ich beschütze euch. Haha. Haha. Aber, ob's im Frühjahr im Mittelalter auch Köln hieß? Hm. Keine Ahnung. Ich bin kein Kölner. Ich weiß es nicht. So, Wien. Ne, muss. Muss Moskau. Oh, ich bekomme ich mal das Kart sagen. Hier. So, meine Ahnung, ich bin erstmal rausgeschickt. Das sie bisschen leveln können und verbessern, verbessert werden können. Das ist erstmal nicht schlecht. Aber da sind sie auch bei, auch im Kampf nützlicher. Und hilfreicher. Sie verreckt nicht so schnell. Hier steht's zu drei Tag. Ein Seminar über den Bau von modernen Brücken. Oh, mein Eifel. 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 So. Ist ja mal der Typ noch da hinten. Der von den Wachen. Oder die oder der von den Wachen belästigt wird. Na. So. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ich verdanke euch mein Leben. Ihr habt gezeigt, was diesen Runden fehlt. Wahre Führungsqualitäten. Bitte nehmt mich mit. Scheiße. Ich fühl's mich nicht. Mach das. Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren hier. Echt nicht? Schade. Ich wollte grad Conan sein. Conan der Barbar. Apropos Conan. Es gibt bald, oder es ist bald ein Spiel draußen. Es ist auch wieder so eine Art Survival-Game. Ähm, da hinten ist er ist auch Conan der Barbar. Und das ist auch so wie ein richtiges Survival. Da ist so richtig Crafts und etc. Auf dieses Spiel bin ich gespannt. Wie immer habe ich keine hohen Erwartungen. Hauptsache es ist spielbar. Lass ihn los! Dann lass sie dich gehen! Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. So. Welch komische Vorstellung. Kannst du mal sehen, süßer. So. Da haben wir hinten noch einen Turm, den wir befreien werden. Wo ist denn das? Da oben. Ist mir das nicht da oben? Das kann ich eh keiner sehen. Das kann ich nicht mehr sehen. ist klar ich weiß Letzte Woche hat euren Bruder der Folter ausgeliefert. Ah, bist ja schon fertig. Sehr gut. Okay, woher hast du meine Rüstung? Eine der neuen Novizen soll das machen. Nach meiner Kräuter, stimmt. So, wurde gleich wieder rausgeschickt. Haben wir keinen Ainer Auftrag mehr oder was? Scheint nicht so. Florenz? Ne, das macht er gerade. Auch nicht. Auch nicht. Naja, dann bleibt er erstmal bei mir. Der eine, du Vize. Mach ich keinen nicht durch. Okay. Da haben wir anscheinend erstmal alles eingenommen, was wir einnehmen können. Und dann machen wir F3. So. Kann man schon Übersicht angucken, was man alles eingenommen hat und was man noch einnehmen kann. Es scheint so, ob es... Ne, hier gibt's noch einen. Da gibt's noch einen Turm. Den ich einnehmen werde. Für... Das... Volk. Ey, ich brauch ein Pferd. Ach, jetzt war's. Ich brauch wirklich ein Pferd. Nein, nein, nein. Ah, das ist fettig. So, dann können wir es mal hier hin wieder.